Argon Balance Einfach ganz leben Matt Haig The Comfort Book Gedanken, die mir Hoffnung machen Aus dem Englischen von Hella Rehse Gelesen von Andreas Neumann Ein Hörbuch des Argon Verlags Ein Wort vorab Manchmal schreibe ich etwas auf, um mich selbst zu trösten. Erkenntnisse aus schwierigen Zeiten, Gedanken, Betrachtungen, Listen, Beispielhaftes. Etwas, an das ich mich erinnern möchte. Etwas, was ich von anderen Menschen erfahren habe. Oder etwas, was ich aus dem Leben anderer Menschen gelernt habe. Es ist ein seltsames Paradox, dass wir die deutlichsten und tröstlichsten Lektionen des Lebens erst dann lernen, wenn wir ganz unten sind. Andererseits denken wir auch erst dann besonders intensiv an Essen, wenn wir hungrig sind. Und wir denken erst dann intensiv an Rettungsinseln, wenn wir über Bord gegangen sind. Hier sind also einige meiner Rettungsinseln. Jene Gedanken, die mich über Wasser gehalten haben. Ich hoffe, dass einige davon auch dich ans rettende Ufer bringen. Dieses Hörbuch ist so chaotisch wie das Leben selbst. Es besteht aus einer Menge kurzer Kapitel und einigen längeren. Es enthält Listen und Lebensweisheiten und Zitate und Erfahrungsberichte und noch mehr Listen und hier und da sogar ein Kochrezept. Es beruht auf persönlicher Erfahrung, lässt sich aber auch immer wieder von allem Möglichen inspirieren. Von Quantenphysik und Philosophie über Filme, die ich mag, bis hin zu alten Religionen und Instagram. Wie du dieses Hörbuch hörst, liegt ganz bei dir. Du kannst vorn anfangen und es bis zum Ende durchhören oder du kannst hinten anfangen und am Anfang enden oder du kannst es einfach irgendwo mittendrin starten. Zufällig hat sich allerdings doch eine Art Leitmotiv ergeben. Das Verbundensein. In gewisser Weise sind wir alle Dinge und Dinge stehen miteinander in Verbindung. Der Mensch mit dem Menschen, ein Moment mit dem Nächsten, Schmerz mit Freude, Verzweiflung mit Hoffnung. In schwierigen Zeiten brauchen wir eine besonders innige Art von Trost. Etwas Elementares, einen verlässlichen Halt, einen Felsen, an den wir uns klammern können. Diese Art von Trost tragen wir bereits in uns. Aber manchmal brauchen wir ein bisschen Unterstützung, um das zu erkennen. Teil 1 Baby Stell dir dich als Baby vor. Du betrachtest dieses Baby und denkst dir, dass nichts fehlt. Dieses Baby ist vollkommen. Sein Wert ist ihm angeboren, vom ersten Atemzug an. Sein Wert hängt nicht von äußeren Umständen ab, wie Reichtum oder Aussehen oder politischen Einstellungen oder Beliebtheit. Es ist der unschätzbare Wert eines Menschenlebens. Und dieser Wert bleibt uns, selbst wenn wir es im Laufe des Lebens gern einmal vergessen. Wir bleiben genauso lebendig und genauso menschlich wie am Tag unserer Geburt. Wir müssen einfach nur leben. Und hoffen. Du bist das Ziel. Du musst dich nicht ständig selbst optimieren, um dich lieben zu können. Liebe verdient man nicht erst dann, wenn man ein bestimmtes Ziel erreicht hat. In unserer Welt herrscht viel Druck. Aber lass dir davon nicht das Mitgefühl mit dir selbst abdrücken. Du bist liebenswert auf die Welt gekommen und du bleibst es wert, geliebt zu werden. Sei freundlich zu dir. Nichts ist stärker als eine kleine Hoffnung, die niemals aufgibt. Was mein Dad zu mir sagte, als wir uns einmal im Wald verlaufen hatten. Vor langer Zeit haben mein Vater und ich uns einmal in Frankreich in einem Wald verlaufen. Ich war damals wohl etwa zwölf oder dreizehn Jahre alt. Jedenfalls war es vor der Ära, als die meisten Menschen ein Handy besaßen. Wir machten dort Urlaub. Die Art von einfachen bürgerlichen Urlaub auf dem Land.